Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von CUT. Heute ist Donnerstag. Der 16. Januar 2020. Genau. Oder? Ja. Okay, Entschuldigung. Neben mir, ihr habt es schon gehört, sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. 16. Januar, du hast recht. Ich dachte, ich grätsche mal ein. Ich war jetzt nicht schnell genug, auf meiner Uhr nachzusehen. Und es wirkte so hektisch. Ja. Dachte ich heftig. Nein, alles gut. Es sah jetzt nicht schlimm aus. Ja, jedenfalls haben wir ja jetzt eins nach dem anderen raus. Es ist ja schon die dritte Episode in einem und demselben Monat. Was? Ja, unser Jahresrückblick. Stimmt. Und dann zuletzt der Knives Out und was haben wir uns heute vor? Ein bisschen über eine Stunde kamen wir aus dem Kino. Was haben wir uns heute angeguckt? 1917. Ganz genau. Wir hatten es ja schon angekündigt, dass das unser nächster Film sein würde. Zwischenzeitlich sind ja die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden. Und da ist ja 1917 jetzt auch nicht unbedacht geblieben, wenn man es mal so sagen darf. Gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Also er ist ganz klar ein Riesenfavorit und man muss ja auch noch dazu sagen, die Golden Globes waren ja auch noch. Und zwar letztes Wochenende. Genau. Und da hat er gewonnen. Bester Film, beste Regie. Und dann verließen sie ihn. Ja, aber er hat auf jeden Fall was gewonnen. Er hat auf jeden Fall was gewonnen. Also sehr viel. Gut, ob wir diese Meinung der Golden Globe-Jury und der Oscar-Jury teilen. Allen Juries, der will. Allen Juries teilen. Das erfahrt ihr in den kommenden knapp 60 Minuten. Oh, haben wir eine Zeitvorgabe? Aber natürlich, naja, wir haben doch immer eine gute Stunde. Okay, alles klar. Aber zuerst erzählst du uns natürlich erst ein paar Fakten über diesen Film. Okay. So, Produktionsjahr ist 2019. Er hat einen FSK 12 und er geht eine Stunde und 59 Minuten. Die schnellsten eine Stunde und 59 Minuten in meinem Leben. Das war unglaublich. Er hat eine Bewertung von 8,7 auf IMDb, 79 Meta-Score. 90 Prozent Tomatometer davon ist 89 und 89 Audience-Score. Also quasi der Tomatometer und die Zuschauer sind sich da sehr einig. Genau. Wie schon erwähnt, Regie für Sam Mendes, der jetzt auch schon den Golden Globe dafür bekommen hat. Der hat unter anderem Spectre, also die letzten James Bond gemacht. Und er macht auch den Nächsten. Macht er den Nächsten? Nein. Macht er nicht. Okay, alles klar. Spectre, Skyfall, Zeiten des Aufruhrs, Road to Petition. Und ich glaube, für alle Welt da draußen so richtig bekannt worden ist er mit American Beauty. Und wie der eine oder andere vielleicht weiß, ist Road to Petition einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer unserer absoluten. Ja. Weil wir sind ja... In vielerlei Hinsicht. Genau. Wir teilen da ja sehr viele Lieblingsfilme. So, das Drehbuch führte auch Sam Mendes mit Christy Wilson Kyrus, die früher auch Penny Treadful geschrieben hat. Und... In Netflix-Serie. Genau. Und man weiß es vielleicht auch schon durch die Presse. Und zwar Inspiration war nämlich der Großvater von Sam Mendes, der seine Erinnerungen aufgeschrieben hat. Und der hat auch diesen Film ihm gewidmet. Und er war auch ein Soldat im Ersten Weltkrieg. Genau. Musik macht wie immer der grandiose Thomas Newman. Also das ist wieder wunderschön. Also es ist einfach der Wahnsinn. Also der Mann kann Filmmusik schreiben wie kein anderer. Aber falls ihr nicht wisst, was er schon alles gemacht hat. Also Wall-E, American Beauty. Der Plan findet Nemo, findet Dory. Newsroom hat auch Serien gemacht. Und Road to British natürlich. Natürlich. So und jetzt kommt eigentlich... Und die Vorurteilten. Und die Vorurteilten. Das ist immer so weit da hinten. Ja, das ist auch... Der ist schon ziemlich alt, aber der ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Gleiches Trio übrigens. Ja? Ja. Also nee, Regisseur ist ein anderer. Das Duo. Gleiches Duo. Duo? Ja, Kameramann und Komponist. Okay. Bei die Vorurteilten. Ja. Okay. So, dann kommen wir auch schon zur Kamera. Und es ist einfach... Also der schiere Wahnsinn. Das hat nämlich der Roger Deakins gemacht. Oder ist dafür verantwortlich für dieses... Der Director of Photography. Für dieses Meisterwerk an Kamerakunst. Der letztes Jahr endlich, nachdem er für viele, 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 viele Oscars nominiert war, hat er letztes Jahr endlich einen bekommen für Blade Runner 2049. Endlich. Endlich, endlich. Er hat unter anderem auch No Country for Old Men, Sicario, Prisoners, True Grit. Also er hat unglaublich viele Filme gemacht. Er hat viel mit den Cones gemacht. Ja, auch. Also er hat schon so seine Stammregisseure, seine Stammcrew, aber... Ja, und er ist halt einfach ein begnadeter Kameramann. Ein Meister seines Fachs, mittlerweile 70 Jahre alt. Und auch er ist wieder für einen Oscar nominiert. Das weiß ich gar nicht, ob er den Golden Globe... Das hätte ich jetzt echt nachschauen können. Naja. Ja. Er erzählt weiter. Ich erzähle weiter. So, die Besetzung. Und zwar die zwei Hauptfiguren, zwei Hauptsoldaten. Es ist einmal der Lance Corporal Blake. Wird gespielt von Dean Charles Chapman. Und mir ist es im Trailer gar nicht aufgefallen, erst wo ich es dann gelesen habe. Und zwar, der hat ja bei Game of Thrones mitgespielt. Und das ist der Tommen. Ach, der ist das? Ja. Ah, ja, stimmt. Den bekam er schon bekannt vor. Ja. Ja, okay. Genau. Und er hat auch bei The King mitgespielt. The Commuter. Unser Lieblingspendler. White Queen. Genau, sie hat mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Aber das sind so die bekanntesten. Dann der Lance Corporal Schofield. Er wird von George McKay gespielt und der war bei Captain Fantastic mit dabei. Ich glaube, das war der älteste Sohn von Viggo Mortensen. Peter Pan, Pride. Ja, seine Vita ist jetzt ein bisschen kleiner. Dann haben wir noch Sargent Saunders. Also das sind jetzt alle, ich habe jetzt noch ein paar aufgeschrieben, die man kennt. Aber das sind alles sehr, sehr kleine Rollen. Also eigentlich eher Nebenrollen, ja. Ja, genau. Das ist der Sargent Sanders. Wird von Daniel Mace, meine Schrift wieder. Daniel Mace gespielt, den kennt man von Star Wars, Rock One, Bang Chop, Good Omens. Dann der General Aaron Moore spielt der Colin Firth. A Single Man, The King's Speech, Richard Jones, Kingsman, Shakespeare in Love. Dann habe ich noch Captain Smith, das ist der Mark Strong. Shazam, der dunkle Kristall war ja auch Synchronstimme. Kingsman, Robin Hood, Kick-Ass. Und dann habe ich noch zwei, und zwar Benedict Cumberbatch und Richard Madden. Und dann halt sehr, sehr, sehr viele junge Männer. Ist ja klar, weil das ist ja ein Kriegsfilm, da braucht man. Und es ist eine Frau dabei. Habe ich die gesehen? Ja. Ja. Kommen wir später dazu. Ach ja, ja, jetzt weiß ich es dir. Ich habe es vergessen. Das stimmt. Ja, genau. Ja, dann lese ich erstmal die Inhaltsangabe vor. Der offizielle Inhalt von Universal Deutschland. Gibt es keinen Pressetext? Wird nicht müde, doch, doch. Ach so. Aber wird nicht müde darin, sich selbst zu beweihräuchern. Ui. Du siehst den Text hier. Mhm. Und das Schwarze ist die eigentliche Inhaltsangabe. Ah, okay. Auf die beschränke ich mich jetzt. Mhm. Ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, dann hat man schon ein ziemlich gutes Bild davon, um was es da geht. Also das ist eine sehr gute Synopsis. Und ja, dem kann man jetzt eigentlich nichts hinzufügen. Also rein von der Handlung her passiert auch nicht mehr. Also im Kern ist es genau das, was passiert. Genau. Ja, apropos Trailer. Welche Erwartungen hatten wir denn so nach der ersten Sichtung des Trailers? Ja, die waren schon sehr hoch, weil der Trailer halt, also ich finde schon, also im Nachgang finde ich, dass es ein wirklich guter Trailer ist. Ja, er hat das eine oder andere schon vorweggenommen, was ich aber nicht schade finde. Also ich war zu beschäftigt mit dem Film, dass ich jetzt drauf gewartet habe. Also gewisse Szenen dann gesehen. Bei manchen Filmen, das ist dann aber, wenn man das Tempo nachlässt, dann ertappt man sich dann eher mal dabei, dass man sich fragt, hm, dann kommt jetzt das und das und das und das habe ich ja gesehen. Und wenn es dann ganz fies ist, dann kommt es gar nicht, weil es einfach nur Szenen sind für den Trailer extra gedreht. Aber in dem Falle habe ich da jetzt gar nicht drauf gewartet. Und also ich fand, ich finde den meisterlich geschnitten und er fügt sich wunderbar zu dem Film halt auch. Ja, ich finde jetzt nicht, dass er, er verrät jetzt irgendwelche, keine Story relevanten Sachen. Also da macht er nichts falsch. Aber mir ging es dann schon so, dass ich auf die ein oder andere Szene aus dem Trailer tatsächlich ein bisschen gewartet habe. Aber es gehört zu den Guten. Was mich halt viel mehr aufhören hat lassen, ist halt einfach die, sind halt die Leute hinter der Kamera, hinter den Kulissen, die da eben Sam Mendes und Roger Deakins und Thomas Newman. Das sind einfach drei Menschen, die ich hoch verehre und deren filmische Werke ich sehr, sehr mag. Und insofern war ich halt extrem gespannt. Die hätten auch eine Rom-Com drehen können zusammen, glaube ich, hätte ich die unbedingt sehen wollen. Ja, es war halt so eine sichere Nummer einfach. Ja, und dann hat er schon relativ früh, und das, glaube ich, ist jetzt auch nichts Unbekanntes so, dass, ja, Gerücht ist es ja keins, sondern die Meldung Runde gemacht, dass es sich eben um einen One-Shot-Film handeln wird. Und für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein One-Shot-Film ist, ist, ich glaube, Birdman war einer der prominentesten, ist sicher nicht der Erfinder dieser Art von Film, aber er ist einer der prominentesten und einer, der es auch technisch ziemlich brillant gemacht hat. Heißt, der Film besteht scheinbar aus einer einzigen, durchgängigen, ununterbrochenen Kamerafahrt. Und natürlich ist es unterm Strich keine einzige durchgängige Kamerafahrt, aber die Illusion ist halt perfekt. Die ist wirklich perfekt. Genau. Und das ist etwas, auf das man sich einstellen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich denke doch, also, dass es für den einen oder anderen eine sehr ungewohnte Seherfahrung ist. Meinst du? Ja. Also, ich habe mich so, also, richtig spoilern lassen habe ich mich nicht, weil ich habe auf IMDb so ein kleines Video und da hat ja der Sam Mendes dann auch erklärt, warum er diese Technik dann auch gewählt hat, weil so er es gewährleistet fand, dass man halt einfach näher am Geschehen ist und es war ihm halt unglaublich wichtig, dass der Zuschauer oder der, also der. Der ist ja auch, der ist definitiv so. Genau. Und ich fand, also, ich finde es in dem Sinne auch gut, weil wir das jetzt erwähnen, oder weil du das jetzt erwähnt hast, dass man da bewusst auch drauf achten sollte. Also, jetzt nicht in dem Sinne, dass man sich jetzt vom Film, man kann sich gar nicht vom Film ablenken, aber ich finde, wenn man da nochmal bewusster dann drauf achtet, wie, dann ist das halt noch mal mehr ein Meisterwerk. Noch beeindruckender. Noch beeindruckender. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur, ja, also darauf achten, wobei ich glaube, dass es einem ziemlich schnell auffallen wird. Also, wenn man da reingeht und jetzt keine Ahnung davon hat, was das ist oder wie das aussieht, irgendwie nach ein paar Minuten Film oder vielleicht auch mal so eine Viertelstunde wird einem auffallen, irgendwas ist da anders. Und das ist eben die vollkommene Abwesenheit von Schnitten. Scheinbaren Schnitten. Ja, von offensichtlichen Schnitten. Offensichtlichen. Also, es gibt mit Sicherheit, also, das haben die niemals am Stück drehen können, das wäre logistisch undenkbar, aber es ist so versteckt und so subtil, dass, ja, es scheinbar überhaupt keinen Schnitt gibt. Ähm, ja, das war unsere Erwartungshaltung. Also, die Erwartungshaltung einfach, dass drei Meister ihres Fachs zusammen einen Film machen. Ein Kriegsfilm zwar. Ja. Ein Genre, das uns oder mir, ja, mir wahrscheinlich ein bisschen mehr als dir, jetzt grundsätzlich nicht so sehr zusagt. Das liegt einfach in der Natur der Dinge, weil Krieg einfach schrecklich ist. Ja. Und deswegen freut man sich auf einen, also, sich auf einen Kriegsfilm zu freuen, ist jetzt eigentlich der falsche Ausdruck. Aber man muss einfach dazu sagen, also, wenn ich freiwillig einen Kriegsfilm im Kino anschauen will und ich mich, ja, also in Anführungszeichen drauf freue, hey, nicht drauf freue, ich freue mich drauf, ja, ihr wisst, was ich meine, dann soll das schon was heißen. Ja. Und, ja, wie war denn dann unsere Reaktion, als der Film vorbei war? Also, wir sind jetzt heute, wie gesagt, jetzt ist 20.39 Uhr, ich glaube auch so spät haben wir. Ich glaube, wir haben noch nie, vor allem, es ist jetzt schon ein bisschen Premiere, weil normalerweise, also, gucken wir dann schon, dass wir vielleicht dann danach, also, wenn es geht, dass wir dann danach gleich aufnehmen, aber wir haben jetzt wirklich nochmal eine kleine Happa-Happa-Pause gemacht. Naja, wir haben halt einfach unseren Zeitplan in den nächsten Tagen so durchgegangen und haben festgestellt, okay, wenn nicht jetzt, dann gar nicht oder so schnell. Oder wäre es schade, wenn so spät. Wenn so spät und deswegen haben wir uns jetzt noch hingesetzt und noch haben wir Urlaub. Ja. Wenn er auch nicht mehr lange wird. Nö, nö, nö. Ja. Ja, also. Also frischere Eindrücke werdet ihr von uns nicht bekommen. Nee, nicht mehr. Und wie sind die denn so? Boah. Also, ey, was für ein Brett von dem Film. Also, das ist wirklich, also, ich habe es da schon bei Joker gesagt. also, abgesehen davon, dass er nach wie vor immer, wir haben ja jetzt 2020, auch wenn der Film 2019 gedreht hat. Also, 2019 ist für mich in der, abgehakt. Ist in der Kiste, ja. Aber genau, ist in der Kiste. Aber was ich halt bei Joker die ganze Zeit schon immer gedacht habe, wie schön doch dieser Film ist. Und das habe ich hier auch wieder gedacht. Und das ist auch, auch hier wieder diese, diese Schönheit der Bilder. auf der einen Seite, also diese Kunst, das so zu drehen und auf der anderen Seite diesen Grauen, wo du das siehst. Also, das ist wirklich ein hoch emotionales Erlebnis. Also, mir hat es dann, also, man muss auch dazu sagen, wir haben einen ganz, ganz tollen Saal jetzt mittlerweile, also mittlerweile hier in Passau, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Und zwar ist das halt Dolby Atmos. Wir haben ein super Bild. Es gibt auch diese 4D-Stühle, also wer mag. Diese D-Box. Diese D-Box. Und es ist halt wirklich, also vom Feinsten alles. Technisch auf der Höhe der Zeit. Genau, absolut. Und dann sitzt man halt in diesem Saal und dann, also man ist halt wirklich noch mehr dabei, als wenn es jetzt ein normaler Kinosaal war. Und das ist halt wirklich, also mir hat es dann teilweise echt manchmal die Schuhe auszogen. Also, es gibt da. Also, nicht buchstäblich. Es gibt, es gibt echt nicht viele. Also, wie ihr wisst, wir gehen natürlich schon gerne in Filme, die, ja, ich sage jetzt einfach mal etwas lauter sind und auch technisch, wo etwas mehr passiert auf der Leinwand, weil dafür aus meiner Sicht halt auch das Kino gemacht ist. Natürlich guckt man sich in und wieder auch mal etwas Ernsthafteres an, auch ein ruhigeres Drama. Aber die Technik kann halt, brilliert halt so richtig, wenn es halt ein bisschen mehr zur Sache geht, ist so. Und wenn dieses Jahr ein, also, es ist jetzt der erste Film des Jahres, den wir, der zweite Film des Jahres, den wir gucken, aber einer der ersten, aber wenn einer dafür gemacht ist, im Kino mit Supertechnik gesehen zu werden, dann ist es 1917. Weil da so viele Dinge zusammenkommen, die einen da ins Geschehen reinziehen und die Kamera ist natürlich das eine, aber der Sound, dieses Sounddesign und in deinem Atmos Kino, wo das ja wirklich von oben, rechts, links, hinten, also von nahezu allen Seiten, also von unten kommt, wo man sich duckt, selber schon fast duckt, wenn Gewehrschüsse... Also ich habe mich geduckt. Also ich bin wirklich, also ich war da ein Käfer. Also wenn es geschossen worden ist, war ich kurz ein Käfer. Das ist unglaublich. Dieses brachiale Sounddesign, das einem auch durch Mark und Bein geht. Also, wie gesagt, es gibt echt nicht viele Filme, wo ich sage, die müsst ihr im Kino sehen. Also einer der Letzten, wo ich sage, der hat im Heimkino eindeutig verloren, war zum Beispiel Gravity. Und ich bin heilfroh, Gravity damals im Kino gesehen zu haben, weil diese Erfahrung und dieses Erlebnis konnte man zu Hause nicht nochmal nachempfinden. Nee, nee. Und auch wenn wir den Film nach wie vor sehr mögen, ist das halt ein Erlebnis, das kriegen wir so nicht wieder. Nein, nein. Und bei 1917 habe ich ein ähnliches Gefühl. Ja. Weil ich glaube, dass der seine Wirkung wirklich nur empfalten kann, wenn die Technik dazu passt. Ja. Ja. Also, ja, schön gesagt. Geht, also da müsste wirklich, also jetzt, Kriegsfilm hin oder her, er ist von Oscar nominiert oder hin oder her, Gold Globe. Zehn Oscar-Nominierungen. Zehn, genau, ich habe noch irgendwie, ich habe sogar mal nachgezählt. Also elf hat Joker und zehn hat 1917. Und übrigens, weil du gefragt hast, es gibt keine technischen Kategorien bei Golden Globes, gibt es keine Kamera, gibt es nur beste Regie. Oh, okay. Naja, dann wird er jetzt, also, wenn der jetzt nicht schon wieder einen Oscar bekommt, dann weiß ich auch nicht. Naja, sagen wir mal so, sie waren halt früher sehr sparsam mit den Oscars an ihn, also an Roger Deakins, dann hoff, vielleicht wollen sie noch ein bisschen was nachholen, bevor er nicht mehr unter uns warlt. Verdient hätte es. Ja. Ja. Definitiv. Ja, was zeichnet jetzt, also wir haben neulich mal drüber gesprochen, jetzt begeben wir uns wieder so ein bisschen auf die Meta-Ebene Kriegsfilme, dass, genau, wir haben mit Carnival Row angefangen und das ist eine TV-Serie und da wurde eine Schlacht gezeigt. Und das Problem dieser Schlacht war, dass, um das Grauen oder fühlen zu können, zeigst du keine Schlacht, sondern du zeigst die Opfer. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich die Leute sterben sehen will, wie die fliegen, sondern ich will die Opfer kennen. Ja. Und das schaffen halt einfach nicht viele Filme oder halt nur die guten oder Serien, dass sie dir die Figuren vorher so nahe bringen, dass du da wirklich mitfiebern kannst. Ansonsten ist es einfach nur seelenloses Geballer. Und hier fängt es eben schon an, fängt 1917 schon an, einfach sehr, sehr viel richtig zu machen, weil sich die Kamera natürlich von der ersten Filmminute an, Filmsekunde an, auf eine durchgängige Reise mitnimmt, mit den beiden Hauptprotagonisten und fängt auch relativ ruhig an und relativ dialoglastig. aber alles in Bewegung während des Gehens. Ja, ja. Und das reicht aber schon vollkommen aus, um die Chemie zwischen den beiden zu setzen, zu sagen, also, dass man merkt, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden und die wachsen dir in der kurzen Zeit schon so ans Herz, dass es halt in den ersten etwas dramatischeren Szenen einfach schon vollkommen an, an, an den Nieren geht, wenn, wenn, wenn da irgendwas passiert. Also du fieberst sofort mit, also das ist wirklich unglaublich. Und es geht, ich meine, der Film geht jetzt knapp zwei Stunden und die Einführung von den beiden und auch wie so ein bisschen ist, also es geht eigentlich relativ flott. Also es ist jetzt nicht so, dass eine halbe Stunde darauf in Anführungszeichen verschwendet wird, die Figuren einzuführen. Also das, wie du schon sagst, also man begleitet sie halt auf die Reise und man lernt sie so ein bisschen kennen und je länger die Reise geht, immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und irgendwann zuckst du halt genauso, wenn halt irgendwie ein Schuss fällt, zuckst du genauso wie die zusammen und du hast halt Angst um sie. Also du denkst so, nein und also ich hab mir auch wieder die ganze Zeit ertappt, wie ich dann irgendwelche Geräusche von mir so, nein, also ich war voll drin und zum Glück, der Saal war ja zu voll, sonst wäre ich halt quasi das Pendant zu der Popcorn-Tüte gewesen, weil ich die ganze Zeit immer mitgefühlt. Ich konnte nicht an mich halten und ja, aber das muss man erst mal schaffen und das ist halt wirklich wieder ganz, also auch vom Drehbuch her, also ganz große Kunst einfach. Und wie wir ja schon eingangs sagten, also diese One-Shot-Technik, wenn man einfach so auch nur den Hauch einer Ahnung davon hat, was, also wie ein Film entsteht und diesen Hauch würde ich uns jetzt einfach mal bescheinigen. Ja, also dann ist es einfach zum Niederknien diese technische Brillanz, diese Perfektion und dieser Einfallsreichtum, weil, wie gesagt, die Kamera folgt dem Protagonisten, dann schwenkt sie zur Seite, dann umrundet sie sie wieder, dann ist sie wieder vorne, dann fängt sie wieder ein Detail ein. Das alles zum Teil in diesen dicht gedrängten Schützengräben, wo du sagst, wie um alles in der Welt hat die Kamera da Platz. Aber die haben das von oben. Wahrscheinlich mit Kränen und also es ist ein Riesenaufwand, das zu machen. Dann, also die Technik ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Es kommen einfach auch, es ist lichttechnisch eine Herausforderung, auch das weiß ich zwischenzeitlich, weil die Kamera mit ständig wechselnden Lichtverhältnissen arbeitet. Das heißt, wenn sie vom Hellen ins Dunkel geht, bei jedem regulären Film wechselt der Kameramann sein Objektiv, stellt alles wieder auf die Beleuchtungssituation ein, das musst du alles minutiös planen. Du musst genau planen, wer, wann, wo steht, wo das Licht ist, wie hell es ist, die Schärfe ziehen. Das ist unfassbar genial, was die da abziehen. Ja, die haben ja auch in diesem kurzen IMDb-Video, haben sie ja auch erzählt, also das, die haben ja auch geprobt bis zum Urheben. Ja, klar. Also du musst, sowas kannst du nicht, das musst du im Schlaf. Genau, also da kannst du jetzt nicht sagen, ah okay, ich habe jetzt den, also die zwei Zeilen Text habe ich drin, okay, wir gedrehen jetzt und dann machen wir, wenn die drin sind, dann machen wir einen Cut. Also du musst halt, jede Textzeile muss halt sitzen, jede Bewegung muss halt sitzen, jeder, und jeder Statist ja auch, also es sind ja Unmengen an Statisten ja auch auf, am Set und die müssen alle wissen, wohin und das muss halt wirklich bis zum Erbrechen geprobt werden. Und wer jetzt denkt, also das war dann so meine Befürchtung, dass man, ja, One-Shot und immer nah dran und so, ob der Film Roger Deakins Momente haben wird und als Roger, ja, als Roger Deakins Momente bezeichne ich immer einfach Einstellungen, die du dir ausdrucken und in zwei Meter Größe an die Wand hängen kannst. da waren verdammt viele da. Und ja, ich kann euch beruhigen, es gibt Roger Deakins Momente, wir werden im Spoiler-Teil nochmal auf ein paar eingehen, wo mir die Gänsehaut über den ganzen Körper lief und einfach zum Niederknien fantastische Bilder geschaffen wurden. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe, weil es ist ein Kriegsfilm, weil es ist doch nur ein Kriegsfilm, also nicht nur, also ich meine aber, dass die Bilder halt einfach. Und was in dem Zusammenhang jetzt halt mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, ist, wenn du eben die zwei Hauptprotagonisten im Zentrum des Geschehens hast und im Prinzip ja die Kamera einen einzigen Tanz vollführt, um die, welche Last auf diesen Schauspieler zu tragen haben. Und das machen sie mit Bravour. Ja, Wahnsinn. Also die zwei sind echt gut. Die sind echt gut und das ist, manchmal ist die Kamera einfach so nah dran und die transportieren, ja, die transportieren genau das, was in dem Moment notwendig ist und ja, also wenn halt auch mal keine Dialoge, nichts gesprochen wird, weißt du, was Sache ist und brillant, absolut brillant die zwei. Also König Thommen ist ein guter Schauspieler. Ja, hätte ich das gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also vor allem, ja, weil er halt so, er kommt halt auch so, so weich und er ist sehr, er ist erstaunlich mutig. Ja, also auch zwei tolle Charaktere einfach so. Also das sind halt jetzt einfach zwei anständige Menschen, die, die für das, also sie haben halt einen Auftrag, das weiß man ja auch und das, das ziehen die halt durch und egal was kommt. Also das ist, hat schon Herr der Ringe Charakter. Ja, genau, so ein bisschen der Weg nach Mordor. Ja, absolut. Ja, stimmt, das ist eine tolle Parallele. Ja, weil die zwei, die sind so mutig und auch wie sie dann halt, also gerade der Moment, wo dann die Reise halt losgeht, wo sie aus dem Schützengraben raussteigt. Aber sie sind entschlossen da voranschaltet, gell? Ja, und ich so, wow, es ist das, was Soldaten ausmacht. Ja, weil das ist ja, also du musst, um das machen zu können, musst du wissen, wofür du das machst. Also für, für dich bestimmt nicht. Ja. Das machst du für, für ein höheres Ziel. Also sei es jetzt deine Frau, deine Kinder, dein, dein Land. Dein Bruder. Dein Bruder, also für alles, also wobei der, wo als erstes losgezogen ist, das war ja nicht mal sein Bruder, aber der hat einfach gesagt, Alter, vor Schönheit und ist dann halt los. Ja, nee, das, das meinte ich ja gar nicht. Ach so. Also bis dahin schon, wie der da rausmarschiert, diese Besprechung. Genau. Ja, 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 aber ich meinte jetzt den anderen. Ja, ähm, was ich auch noch erwähnen möchte im spoilerfreien Teil, ist natürlich die Musik. Wie wir schon sagten, Thomas Newman zeichnet sich für die Musik verantwortlich, die, wie wir dann im Nachgang festgestellt haben, sich sehr lange, sehr zurückhält. Mhm. Tatsächlich sehr in den Hintergrund tritt, vor allem halt bis die Reise tatsächlich losgeht. Ich hab da eine Theorie geäußert. Und, ja, aber wenn, du meintest ja, wenn dann die, wenn einem die Protagonisten quasi ans Herz gewachsen sind, dann spielt die Musik auch, spielt sich die Musik wieder etwas mehr in den Vordergrund. Und es ist Thomas Newman. Also, wie ich finde, unverkennbar. Ja. Also, ich finde, dass man seinen Stil wiedererkennt, aber natürlich wieder etwas Einzigartiges geschaffen. Ob sich das so, ob das so im Ohr hängen bleibt, wie meine Lieblingsthemen von ihm, weiß ich noch nicht. Aber wir sind auch im Abspann sehr lange sitzen geblieben und da kommt ja immer diese Overtüre, wo verschiedene Themen nochmal anklingen dürfen. Und da sind schon ein paar echt gute Stücke dabei, wo man natürlich jetzt während des Films oftmals gar nicht so die Gelegenheit hat, da so aufmerksam hinzuhören. Ja, es ist wieder mal brillant, was Thomas Newman da abliefert. Aber es stimmt, ich habe am Anfang auch, weil ich mich halt auch auf den Film so gefreut habe, weil ich gewusst habe, dass er die Musik macht. Und dann wartest du natürlich auch immer auf den großen Thomas Newman Moment und denkst, ja, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Und bist selber so ein bisschen überrascht, dass du so gar nicht so viel Musik hörst und dann kommt es. Also dann entfaltet es sich so und denkst so. Ja, weil das finde ich schon, er hat schon so eine, jeder Film, den er gemacht hat, der hat schon so eine Signatur, so ein Thema, das oft auch relativ früh schon in den Film kommt, dass er dann variiert und mal ein bisschen lauter. Das bleibt ihm lange Zeit aus, bis er da tatsächlich, ja, ich will schon fast sagen, sich traut, die Musik so ein bisschen mal die Hauptrolle übernehmen zu lassen. Ich finde es, glaube ich, in dem Falle ganz gut, weil er jetzt dem Film nicht so musikalisch nicht so den Stempel aufdrückt. Also zum Beispiel bei, wo es sehr, also da hörst du es gleich, dass er es ist und es gibt dem Film dann halt auch diesen Thomas Newman Stempel, das ist halt bei Findet Nemo oder Dory, da geht es ja gleich los, dann kommt ja das Klavier und im Hörser L.A., Thomas Newman oder auch bei Wall-Ear oder so und da nimmt er sich halt wirklich so ein bisschen zurück und dient, finde ich, mehr dem Film und nimmt sich da auch, ja, nimmt sich da halt auch zurück. Aber wie wir schon sagten, er kriegt seine Momente und da ist es auch, da ist er auch spürbar, hörbar, aber lange nicht. Es ist nicht so, dass da irgendwie gleich von Anfang an eine Melodie ins Ohr geht, sondern das ist eher so ein bisschen abstrakt am Anfang, so ein bisschen Klangteppich eher, so ein bisschen bedrohlicher Klangteppich, so jetzt vielleicht nicht ganz so bohrend wie Hans Zimmer seiner Zeit, bei Batman, ähm, bei den zweiten, also Batman Returns, äh, Dark Knight, Entschuldigung, bei Dark Knight, ähm, aber ich fand schon, ich hatte schon so dieses Gefühl, also es erschürt so ein bisschen Unwohlsein am Anfang und da kann man jetzt natürlich keine Streicher und hübschen Melodien brauchen. Ja, und es ist halt auch ein Kriegsfilm. Es ist halt auch ein Kriegsfilm. Genau, und ich glaube, da hat er sich einfach auch gedacht, hm, ja, es ist halt nicht Road to Audition und oder Nemo oder, ja, es ist halt einfach, das muss man dann dem Ganzen anpassen, aber auch sehr, ja, angenehm zurückhalten, also da passt sich da den Film echt gut an. Jetzt überlege ich, gibt es dann Technik, also wie gesagt, Regie, Drehbuch, Schauspieler, Musik, alles Bombe, es ist alles Bombe. Das passt irgendwie nicht. Nein. Es ist alles super. Es ist alles fantastisch. Ja. Es ist immer noch, genau das wollte ich noch sagen, es ist bei all unserer Begeisterung, es ist immer noch ein Kriegsfilm, der zum Teil auch sehr drastische Bilder zeigt und einem das Grauen des Krieges vor Augen führt. und der Erste Weltkrieg war definitiv noch grauenvoller als der Zweite, weil es halt noch viel martialischer war, noch, also ich finde halt, der Erste hat noch so, der ist noch viel roher und so. Ja. Ja, finde ich schon. Ich weiß nicht. Und jedenfalls, das, es gibt genügend Szenen, wo man sich am liebsten wegdrehen würde, weil es einfach furchtbar ist und ja, man stapft aber mit diesen beiden Protagonisten einfach durch diesen Krieg, durch dieses Kriegsgebiet. Man sieht Leid, man sieht Tod. Ja, das ist so. Man sieht dieses Grauen, diese zerstörte Landschaft. Ja, eine geschändete Landschaft. und halt auch, ja, das hat jetzt nichts mit Spoiler zu tun, aber wie man halt einfach so Landstriche, die halt einfach zerstört sind und die ganzen Toten halt da rumliegen. Also es kümmert sich halt auch keiner um die Toten. Das ist so, ja, wie verbrannte Erde. Ja, das ist verbrannte Erde, Ja, dann kommen wir doch zu unserem Fazit vor dem Spoiler-Alarm. Entschuldigung. Das kommt doch immer vorher. Ja, achso. Und, ja, ich, falls man es noch nicht durchgehört hat, guckt ihn euch an. Ja. Geht ins Kino, wenn ihr dieses Jahr, also gut, ich bin immer vorsichtig mit solchen Aussagen, aber wenn ihr nicht oft ins Kino geht, sagen wir es mal so, guckt den, guckt euch den im Kino an. Ich bitte euch, ich, inständig, guckt euch den im Kino an. nicht nur, weil es ein großartiger Film ist, sondern weil es ein Film ist, für den Kino gemacht wurde und ihr es wahrscheinlich bereut, wenn ihr ihn zu Hause auf der 80-Zentimeter-Glotze gucken müsst, mit Stereo-Lautsprechern, guckt den im Kino an und lasst euch da mitreißen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt jetzt besser. Ja, das passt besser. Und, ja, lasst euch fallen und dieses, ja, technische, ja, dieses brillante Meisterwerk in jederlei Hinsicht. Also ich frage mich echt, was da jetzt noch kommen soll. das ist, also wenn 2020, also das Kinojahr, so losgeht, also dann freue ich mich riesig auf dieses Jahr. Also das ist, das ist wirklich schön. Also es kann natürlich schon wieder mit einer Reihe von eher mittelmäßigen und ein paar Gurken weitergehen. Ja. Ich würde mir halt immer wünschen, also wenn das Jahr gut anfängt und gut aufhört, dann bin ich schon besänftigt. Wenn am Ende sowas wie Le Mans oder Joker auf uns wartet, ja, dann nehme ich alles, was dazwischen ist. Es kann ja auch so eine Netflix-Produktion wie Klaus zum Beispiel sein. Ja, kann ja auch sein. Dann kann man ja auch besänftigt sein. Es ist ja im Prinzip, natürlich will man, soll ein Kinofilm im Kino geschaut werden. Aber ich finde ja, jedes Jahr hatte immer seine Highlights. Also es gab jetzt, gut, vielleicht bin ich jetzt auch schon alt und senil, aber es gab keinen Totalausfall, kein Jahr, wo ich, wo nichts dabei gewesen wäre für uns. Wüsste ich jetzt auch nachschauen können. Wird mir jetzt spontan auch nicht einfangen. Aber ich glaube, dass das schon so unterstreichen ist. Geht rein, guckt ihn euch an. Falls ihr euch nicht gefällt, dann würden wir echt gerne wissen, warum. Ja, dann bitte schreiben, ja. Dann würden wir das nicht so verstehen wahrscheinlich. Ja, ist eine dicke Empfehlung von uns beiden. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem Spoiler-Alarm. Ja. Wow. Ja, jetzt können wir über ein paar Szenen sprechen, die uns besonders beeindruckt haben. Und wir haben auf der Fahrt nach Hause schon gesagt, Gott, das waren so viele. Also ich habe, also es gibt eine ganz große, also da hat es mir wirklich die Schuhe und die Tränen nach draußen gedrückt. Die Schuhe nach draußen gedrückt? Die Schuhe nach draußen und die Tränen nach innen. Nee, keine Ahnung. Schuhe ausgezogen. Schuhe ausgezogen und die Tränen nach draußen gedrückt, weil ich halt gedacht habe, ich packe es jetzt nicht mehr. Aber dazwischen und davor gibt es auch unglaublich viele und auch einfach die zwei auf diese Reise zu begleiten, das ist fast schon auch ein Geschenk. Also weil das halt wirklich, also erst einmal, ich bin immer, ich bin immer ein Riesenfan von Geschichten, wo Menschen über sich hinaus wachsen und das ist halt wirklich wieder eine Paradegeschichte und es ist so unglaublich, wie mutig die sind und die Gründe ja auch, also der eine macht es für seinen Bruder und der andere begleitet ihn halt und selbst als leider der eine, dann kann man jetzt ja sagen im Spoiler-Teil, als der Blake dann halt stirbt und das ist so ein doofer Tod einfach, weil er ja diesen, man sieht ja im Trailer dann auch schon wie dieses Flugzeug da in diese Scheune fliegt und dann will er, dann retten sie ja auch noch den Piloten und der Pilot hat nichts Besseres zu tun, als den einen abzustechen und das ist halt genau der, wo er seinen Bruder auch besucht, also seinen Bruder sucht und das ist so, denkst du so, ja und du denkst wirklich noch, ja der schafft das jetzt, der schafft das jetzt und du machst dir in dem Moment gar keine Gedanken, dass du ja wirklich im Trailer auch Szenen gesehen hast, wo der andere alleine rumrennt und ich denke, und ich hab wirklich gedacht, der muss das jetzt packen, der muss das jetzt packen und es war halt, ja und er hat es halt nicht gepackt und das ist so, das ist so scheiße, also jeder Tod in einem Krieg ist sinnlos, aber der war so richtig sinnlos, also da war so, der hat es halt einfach nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie, wie, wie schnell das einfach wie grausam und wie sinnlos der, der, der Krieg einfach ist, ja du im einen Moment jemandem aus einem brennenden Flugzeugfahrt hilfst und dem nächsten Mann sticht er dich ab und das ist der Krieg und es hat mich getroffen, weil es tatsächlich durch die Kameraführung mal wieder absolut brillant einfach so ein bisschen im Off passiert, dich das vollkommen eiskalt erwischt und du dann denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja und dann siehst du es gerade noch so wie der, wie der halt mit dem Messer, also aus dem Augenwinkel fast schon und dann läuft er ja wieder zu seinem, dann läuft das Gofield ja wieder zurück zu seinem, also der Lance zurück zu seinem Kameraden und dann ist es halt schon zu spät, er erschießt ihn natürlich, aber das war halt ein Bauch, den Deutschen erschießt er und, also nee, das war jetzt keine Noterschießung, also der Lance erschießt den Deutschen, wo den Blake angegriffen hat und genau und es war halt eine Bauchwunde und wie wir halt aus vielen, vielen Filmen wissen, sind Bauchwunden einfach nicht mehr zu retten. Ja, ich, also eine Szene, die mich vorher schon sehr beeindruckt hat, also technisch beeindruckt haben mich viele, also da ging es schon los mit der Kamerafahrt durch diese Schützengräben, wo die Kamera den beiden folgt, wo du denkst, da geht es so eng zu und dann mal wieder an der Seite vorbei und davor und dann gehen sie rein in diesen Bunker und dann siehst du ein Stück von der Karte und dann dreht die Kamera, dann gehen die anderen auf die, also auf die andere Seite des Tisches und es ist immer perfekt eingefangen, es ist perfekt beleuchtet und das ist, also allein da kam ich schon aus dem Staunen nicht mehr raus. Da war es aber dann eher so ein technischer Schaulauf für mich, wo es richtig spannend wurde, ist, wo sie aus dem Graben steigen, wo die beiden da auf diesen Colonel da oder Sergeant treffen, der ja auch von dem bekannten britischen Schauspieler gespielt wird, der... Benedict Cumberbatch. Nein. Der Mark Strong. Nein. Wenn sie aus dem Graben steigen. Ach so, der wo den Priester gespielt hat. Ja, genau. Ah ja. Der auch bei Sherlock den Moriate gespielt hat. Also von Fleabag, der Priester. Genau. Falls ihr euch fragt, welcher Priester. Ich weiß, das ist ein Schauspieler nicht. Jedenfalls, der vermittelt einem schon so den Eindruck, dass die nicht zurückkommen und dann ist es umso spannender, wenn die dann über diese Kante da drüber gehen und dann durch den Stacheldraht und dann in dieses Kriegsgebiet und du bist auf der Kante deines Sitzes echt, weil du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt und dann folgt die Kamera denen durch diesen Stacheldraht durch. Wo ich dann auch wieder, wo mir die Kinnlade nach unten geklappt ist, wo die Kamera dann über die, in diesem Krater, über dieses Wasser drüber ist. Ja, ja, ja. Also unglaublich intensiv fühlst du da mit und das Ganze wird dann gekrönt, wo sie dann in diesen Bunker rein, in diese, ja, in diesen Stollen da reingehen und es dann plötzlich dunkel wird, wo man auch mit den Taschenlampen, wo sie diese Falle da auslösen und, oh mein Gott, also das ist, bis die da rauskommen, bist du ständig, also da krallst du dich in den Sitz. Ja, ja, das ist echt, ja, also Wahnsinn, also auch, ich fand das dann irgendwie so, mir ist das sogar dann aufgefallen und ich glaube, das haben die absichtlich gemacht, weil die haben nochmal diese Unterschiede von der britischen und der deutschen Armee gezeigt und wenn du halt dann so diese britischen Schützengräben siehst und die waren ja schon sehr unordentlich und das war so wie so bei Hempels unterm Sofa, Naja, sagen wir mal so. Es ist, okay, es ist schon Krieg, aber dann. Die hatten halt nicht die Zeit. Ja, aber die Deutschen hatten. Die sind ja die Invasoren und die Deutschen sind halt da zu Hause. Ja, okay, das hast du dann schon gemerkt. Die hatten halt. Weil das war ja akkurat. Mit Beton und allem. Also, weil die sind ja dann auch, und das hast du wirklich gesehen und die sind ja dann auch, die zwei sind ja dann da durch und dann so, oh mein Gott, wie das hier ausschaut und wir haben ja voll viel Platz und Balken und sogar die Ratten sind fetter wie bei uns und ja, das haben sie schon auch, also mir ist das schon dann auch auffallen, ja, natürlich hatten die nicht viel Zeit, trotzdem hast du da die Unterschiede einfach gemerkt. Ja. Wie so ein deutscher Schützenkram auszusehen hat und ein englischer. Ja, und trotzdem schafft es der Film auch immer wieder mal so ruhige Momente zu finden. Einer der ersten ist ja, wo sie in diesen Kirschblütengarten da kommen, wo es danach halt leider sehr dramatisch wird. Ja, das ist halt auch so was, weil die halt, du weißt genau, dieser ruhige Moment kann halt sofort vorbei sein und das ist halt das, weil du bist halt wirklich die ganze Zeit spitz auf Knopf, weißt du so, genau, weil du denkst, oh mein Gott, da kommt jetzt gleich irgendwie wieder was angeschossen und vor allem, wenn sie über freie Flächen halt gehen und das ist dann halt auch so, da fängt dann so langsam auch die Musik an, ähm, ja, emotionaler zu werden oder mehr diese, diese großen Themen so mit einzuspielen, wo die zwei merklich auch immer mehr zusammenwachsen, weil ich glaube, die sind schon, die kennen sich schon auch, weil sie sind ja Kameraden, ähm, er sagt zu dir dann, wieso hast du mich ausgesucht? Und er so, ja, warum nicht? Wusste ja nicht, wusste ja nicht, was wir da machen sollen. Dachte so, er muss halt irgendwie was besorgen, so kurz mal um die Ecke zur Milchfrau, ein paar, ein bisschen Milch holen, dass es da gleich so Himmelsfahrtskommando ist, hat er ja nicht getan. Was ich auch großartig fand, ist ja, nachdem sein Kamerad ja dann gestorben ist und er von dieser Garnison da aufgegabelt wurde, von diesem Bataillon, wo er dann, wo dieser Mannschaftstransporter stecken bleibt, wo er da schiebt, da merkst du halt die Verzweiflung, also weil er, es wird ihm ja keine Pause gegönnt, es wird ihm ja nicht gegönnt, dass er trauert und auch dieser Mark Strong, da hat er seinen Auftritt, sagt ihm ja, Nachdenken bringt nichts und das ist so der Moment, wo du merkst, okay, diese Anstrengung, die er da reinpackt, um diesen Lastwagen da aus dem Matsch zu schieben, das ist, das ist der Schrei, den er nicht, den er nicht machen darf oder nicht machen kann. ja, aber ich, es wird studieren. Ja, ich war fertig. Okay, ich fand es dann aber auch toll, weil die Kameradschaft dann unter den Männern, also auch, wenn es nur für eine Minute dann war, aber die haben ja, letztendlich ist ja keiner gern da, wo sie sein wollen und sie versuchen ja, sich gegenseitig das Leben leichter zu machen, indem sie sich ja immer wieder Geschichten erzählen, also das, was der andere ja, der Lance ja so toll am, also der Schofield so toll am Blake findet, ist, dass er ja auch immer so Geschichten erzählt und so ist es ja auch in diesem kurzen Abschnitt, wo er in dem Transporter halt drin ist und die erzählen sich halt auch solche Geschichten und zuerst haben sie es ja nicht verstanden, wo sie dann im Matsch landen, warum er dann so diese Energie da auf einmal so reinsetzt und er halt da weiter möchte und er erklärt es ihnen auch und dann, er ist nicht mal ins Detail gegangen, aber es hat ihnen ja schon gereicht, weil halt einfach diese Kameradschaft zueinander halt um so vieles mehr ist, als jetzt irgendwie da vom Pferd was zu erzählen und die haben ihm dann auch dann geholfen und das war dann halt auch, ja, war einfach toll auch nochmal zu beobachten, wie Gemeinschaften dann halt in den schlimmsten Situationen halt doch funktionieren können. Ja, dann werden sie ja getrennt, also die können ja, müssen ja einen Umweg nehmen, können nicht über die Brücke und der Schofield muss ja alleine weiter und dann überquert er diesen Fluss und wird ja beschossen und da folgt halt dann eine meiner absoluten Lieblingsszenen, die, wo mir echt die Kinnlade nach unten geklappt ist, es gibt ja irgendwie ein Kammerfair wird ohnmächtig, das ist der erste Schnitt in Anführungszeichen, den man glaube ich als Zuschauer bewusst wahrnimmt, dass es halt einen Zeitsprung gibt, weil sie sagen ja schon, es dauert einen ganzen Tag dahin zu kommen und natürlich dauert der Film keinen ganzen Tag, es war also ein geschicktes Stilmittel, da eine Zäsur, einen Punkt zu setzen, wo es dann halt auch plötzlich dunkel ist und er wacht zum Halbdunkler auf, er stürzt ja die Treppe runter, als er von dem Deutschen da angeschossen wird oder er schrickt glaube ich eher zurück und fliegt die Treppe runter und stößt sich halt den Kopf und dann geht er da, fährt die Kamera quasi an ihm vorbei und fährt zu diesem Fenster und dann wird draußen die in Schutt und Asche gelegte Stadt von Leuchtfeuer beleuchtet, also von, wie sagt man denn, Leuchtraketen, Leuchtkugeln, Leuchtfeuer und und irgendein Brand ist glaube ich auch, ja, naja, der kommt später, aber das ist erstmal zappend duster und dann wandert halt so, wie man es halt so kennt, die sieht man aber nicht, diese Leuchtkugel, sondern man sieht nur das Licht, das sie macht und die Schatten wandern und das ist so eine unglaubliche Einstellung, wo dann die Musik dann auch hochkommt und ich dachte so, oh mein Gott. Ja, vor allem halt, das ist auch, das ist ja Wahnsinn, weil er geht ja die Treppen runter, aber du siehst das nicht, weil die Kamera nach oben fährt und dann siehst du, genau, er geht runter, die Kamera geht nach oben und dann siehst du durch den Lichtschein, dass der Soldat, der ihn ja, weiß ich nicht, versucht hat zu erschießen, der ist ja tot, der liegt ja da noch, dann fährt die Kamera an ihm vorbei und aus dem Fenster und sie treffen sich quasi unten vorm Haus, also wieder zusammen, und dann, ja, und das ist halt einfach, wo du denkst, mein Gott, das ist zum Niederknien, wirklich, also, das ist echt eine Wahnsinnsszene, ja, wirklich, und dann, dann läuft er ja los und das war dann wirklich so, wo ich gedacht habe, da war ich genauso perplex wie er, weil er läuft ja durch diese Ruine und dann kommt er ja irgendwann mal auf diesen Platz und dann brennt ja diese Kirche, so, und dann steht er da und guckt sich diesen Brand an und ist irgendwie völlig so, auch wahrscheinlich durch diese Kopfverletzung halt einfach so, ja, total perplex und dann kommt auf einmal im Feuerschein, siehst du ja einen Mann, also einen Soldaten, du weißt aber halt nicht, Freund, Feind, also, und ihm ging das glaube ich genauso, also entweder hat er ihn nicht gleich gesehen, auf jeden Fall läuft er dann auf ihn los und fängt dann irgendwann an zu schießen und dann denkst du so, fuck, der ist ja der Feind und dann fängt er weg, und dann genauso wie er, also ich glaube, man ist mit dem, also der Zuschauer und er ist dann beide so, oh mein Gott, ich muss ja jetzt los und dann fängt er an zu rennen und, und dann denkst du so, mein Gott, lauf doch, lauf doch und irgendwie, auch während der Reise, er verliert ja auch immer mehr an Ausrüstung und ich glaube, da hat er noch eine Waffe, ich weiß es nicht, hat er da noch eine? Da hat er noch eine, ja. Er lässt sich ja dann, später zurück, weil dann gibt es ja diesen Kampf mit dem Deutschen, wo er den einen dann erwürgt und dann, und dann kulminiert das ja an dem Sprung ins Wasser, also er flieht ja dann vor den Deutschen und kommt ja von allen Seiten und dann springt er von der Brücke ins Wasser. Das ist später. Dazwischen kommt noch die Frau mit dem Kind. Ja, aber das, mit dem Würgen ist schon noch der Frau. Nein. Doch. Vor dem Frau. Nein, danach. Vor der Frau. Danach. Vor der Frau. Danach. 120 Prozent danach. Doch, weil er dann, dann wird er verfolgt von den Deutschen und landet und, und kommen da von allen Seiten. Am Anfang ist es ja nur einer. Ja. Und dann geht er in den Keller. Da trifft er die Frau und dann geht er raus und dann sieht er diesen Deutschen pissen und dann Der kotzt doch. Oder kotzen und dann geht er doch noch links und da ist dann dieser junge Deutsche und dem hält er doch den Mund zu. Das ist dann auch nach der Frau. Hundertprozentig. Glaub mir. Ja. Okay. Und dann Ich könnte schwören, dass das dann noch. Was ja auch, weil der Moment mit der Frau ja auch wieder einer der ruhigeren ist, aber auch sehr, sehr zu Herzen geht. Ja. Weil dann darf es halt auch mal wieder Menschen in all diesem Chaos und all diesem Grauen. So eine französische, es ist ja eine französische Stadt. Ja, und es ist halt ja, eine junge Frau, also eigentlich noch ein Kind, die in den Ruinen ein Baby gefunden hat. Das nicht ihres ist. Das nicht ihres ist. Und, ähm. Dessen Mutter sie nicht mal kennt. Ja, also da kommt auch wieder einiges zusammen und das ist dann auch so Frage, Frage. Ja, die hilft ihm ein bisschen und er hilft ihr und das war es dann schon wieder mit der Menschlichkeit. Ja, und dann muss er halt schon wieder los, weil dann hört er die Glocken und dann rennt er los und dann ist er nur noch am Rennen und dann rennt er und dann rennt er und dann rennt er. Nein. Ich schwöre es dir. Nein. Nee, jetzt müssen wir eigentlich nochmal ins Kino gehen. Die erste Verfolgerung, der ersten, dem ersten, Ihr seid live dabei. dem ersten Angreifer, dem er da im Feuerschein dieses Brandes begegnet, dem entflieht er, indem er in den Keller rein. Da ist dazwischen nichts mehr. Ah, du hast recht. Okay, ich. Da ist nichts mehr. Und dann trifft er auf diese, dann erwürgt er den. Aber da ist doch auch noch zackenduster. Nee, da ist, ja, wenn er rausgeht, ist es auch noch duster. Ja. Da wird es, da dämmert es gerade. Ja. Und dann läuft er ja, erst als er aus dem Ort rausläuft, dann sieht man das Licht. Dann wird es heller. Ja. Und dann hüpft er von der Brücke ja ins Wasser. Na gut. Genau. Und dann, sagen wir es mal so, die Deutschen sind im Krieg alle gleich aus. Ja. Aber das ist schon, dass es auch die Verfolgung sagt, ist schon krass. Und wo dann ins Wasser springt und die Kamera wieder unglaublich. Also auch wo dann den Wasserfall da runter. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja und dann ist er ja, dann schafft er es ja, also da gab es wirklich so eine Sekunde, da hätte er sich auch einfach fallen lassen können und gesagt, okay, ich ertrink jetzt einfach. Also, ja. Und dann, also auch dieser Lebenswille, den er einfach auch hat und das, was ihn halt da, natürlich auch die Familie, die auf ihn wartet. Ja, das sieht man erst am Schluss. das fand ich. Das fand ich schön. Ja, das fand ich auch toll. Aber ja, er hatte jetzt den Antrieb seinen Kameraden. Ja. Also nicht nur für die 1600, sondern halt auch für den Bruder seines verstorbenen Kameraden und das ergibt da, wirklich alles. Ja, und dann findet er doch tatsächlich auch das Bataillon, also die Division, mit angezogen oder durch einen Gesang, ein einzelner Soldat singt für die ganzen Heerscharen, was irgendwie ein bisschen surreal ist, weil ich dachte so erst, lässt da einer das Radio laufen? Oder ist das eine Frau? Es war echt schön, aber in dem Moment, ich glaube so wie er, da ging es dir wirklich wie er, dass du das erstmal nicht greifen konntest, weil das so, also, weil er zieht sich halt, oh, das war auch wieder so eklig, weil er zieht sich aus diesem Fluss raus und er muss erstmal über Leichen drüber und die liegen halt da schon eine Weile und der eine oder andere war halt dann auch schon so aufgebläht, weil es halt mit Wasserleichen so ist und da hat er sich erstmal über die drüber und dann hat er erstmal wieder so ein bisschen Ballast von sich gelassen, weil er halt, dann hat er halt auch geweint und du denkst dir so, oh mein Gott, das ist so unglaublich, was der Mann da durchmacht oder prinzipiell, was man da halt, wenn man in diesem Krieg halt feststeckt. Ja, aber dann kommt ja kurz vor Schluss, er schafft es ja an die Front oder an die Frontlinie und versucht ja verzweifelt diesen General zu, oder Colonel? Colonel? Colonel. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ich wusste nicht, dass der... ...zu erreichen, um ihm diesen Befehl zu überbringen und die erste Angriffsfälle startet aber los und dann kommt ja diese unglaubliche Szene. Mein Gott, und das ist wirklich... Die man im Trailer schon kurz sieht am Ende, wo er da aus dem Schützengraben rausläuft und der Kamera entgegen und überall stürmen die Soldaten aus dem Graben und die Mörser schlagen ein und wird zur Seite geworfen und bleibt zurück und dann wartet die Kamera ein bisschen auf ihn und dann denkst du, mein Gott, mein Gott. Also ich habe die Kinnlade unten gehabt und ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich nur gedacht habe, so, das ist... Also ich habe es emotional... Also ich habe es dann nicht mehr gepackt. Irgendwie, weil die Anspannung auch, weil, wie gesagt, also die Figuren, die wachsen ja wirklich ans Herz und du willst, dass die das ja schaffen. Du willst ja, dass sie halt, dass der eine schon tot ist, aber der andere ist dann halt nochmal so viel mehr. Das ist dann halt so, mein Gott, der darf jetzt nicht auch noch sterben und dann läuft der, läuft der und dann dieser Antrieb und dieser Mut und du denkst nur so, ich packe das jetzt nicht, ich packe das nicht und... Also das ist so unglaublich. Also das ist auch eine der, finde ich einfach, der erinnerungswürdigsten Szenen seit langem... Ja, das ist Filmgeschichte. Das ist wirklich Filmgeschichte. Also ich glaube, das ist so eine Szene, die kannst du in 20 Jahren nochmal rausziehen und sagen, guck dir das an. Ja, also wenn es... Genau, also es gibt ja immer diese... Also wir haben jetzt schon lange keine Oscarverleihung mehr angeschaut, aber das ist eigentlich immer so diese typische, diese berühmten Filmszenen, so, keine Ahnung, E.T. auf dem Fahrrad Richtung Mond. Ja, genau. Dann Indiana Jones, wo von dieser Kugel da wegrennt, Red Butler hat Scarlett im Arm und versucht zu küssen oder sie steht dann an dem Hügel und sagt so, sie will nicht aufgeben und bl 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 bl. Also es gibt unglaublich viele und das ist jetzt einer davon. Ja, das ist definitiv eine sehr ikonische Szene. Das ist wie das Landungsboot im Soldat James Ryan. Das ist die Schlüsselszene einfach, wo mich auch tatsächlich die Emotionen übermannt haben. Also da war bei mir auch alles vorbei. Da passt dann die Musik dazu oder der Sound. Du siehst ihn, du siehst seinen Mut und seinen Willen und seinen Gesichtsausdruck, wie er da läuft und eh schon vollkommen am Ende seiner Kräfte und dieses Chaos bricht um ihn los und hey, es ist unglaublich, unglaublich. Und eigentlich habe ich ja schon irgendwie damit gerechnet, dachte man, wie, weil doch der Mark Strong in der Vorwand macht das Unterzeugen, weil manche wollen unbedingt in die Schlacht ziehen und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der schafft es rechtzeitig, aber der macht es trotzdem. Also das war so meine Befürchtung, dass du halt nochmal so die absolute Sinnlosigkeit dieser Aktion siehst. So war nur die erste Angriffswelle am Losrennen und es gab halt auch wieder Tote und Verletzte, aber er hat halt das Schlimmste verhindert durch seinen Einsatz. Also er sagt ja selber, also der Benedikt Carmelbatch, dass im Prinzip sehr viel, wenn nicht jetzt, dann halt später. Also wir sterben so oder so und deswegen, also er hat es jetzt durchgezogen und gesagt hat, okay, weil er fährt vielleicht bis zum letzten Mann und das war dann halt auch nochmal so diese, ja, dafür ist dann halt der Krieg da, dass halt jeder kämpft, um nicht nach Hause zu kommen. Also hat man so das Gefühl, also das ist, sterben werden sie so oder so. Ja, das war, wird dann auch von einem wirklich fast schon malerischen Schlussbild abgerundet, wo Ich hatte so ein bisschen Angst, dass er jetzt dann stirbt, dass er sich einfach da hinten an den Baum setzt und dann sagt, okay, auf Wiedersehen, schöne Welt, ich habe es geschafft und nee, also hatte ich halt ja. Da darf er sich an diesem Baum setzen und lüftet das Geheimnis, was in dieser Blechdose drin ist, halt ein Foto von seiner Familie und weil drauf steht, komm wieder nach Hause. Das war echt eine emotionale Achterbahn. Ja. Und wir haben auch, wir sind bis zur letzten Sekunde des Abspanns sitzen geblieben und Ja, das brauchst du auch, um wieder runterzukommen. Haben auch nochmal die geniale Musik auf uns wirken lassen und wir sind da extrem angetan. Das ist kein Wohlfühlfilm im klassischen Sinn, aber es ist ein Film, der viel mit einem macht. Ich finde, das ist auch wichtig. sowas, ja, ich finde, Kriegsfilme sind generell wichtig, weil sie einem immer wieder mal vor Augen führen, wie sinnlos das ist und ja, manchen muss man das offensichtlich auch öfter sagen und zeigen als anderen. Ja, aber das ist doch ein schönes, ein schönes Schlusswort. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann weißt du schon, was wir als nächstes gucken werden? Ja, Little Women. Little Women? Mhm. Nicht Bad Boys for Life. Oder so, aber ich will beide, also Little Women würde ich auf jeden Fall schauen. Also wir werden uns, also nicht, dass es irgendwo mal heißt, wir würden uns hier nur die Rosinen rauspicken, ja, wir werden freiwillig in Bad Boys for Life gehen. Meinst du? Ja. Und ich glaube, Rosinen, ich meine, ja, also. Nee, die vermeintlichen Rosinen. Ich, also. Also wir, wir rennen, ich glaube jetzt nicht. Nee, wir rennen selten sehenden Auges ins Verderben. Und bei Bad Boys, und jetzt den Bogen wieder zu kriegen, ähm, weiß ich, habe ich jetzt schon so ein Gefühl, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, der beste Film des Jahres wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein, aber es ist ein Actionfilm und da erwarte ich auch nicht so viel. Ähm, du weißt ja, Six Underground ist auch ein Actionfilm. Ja, aber da war der Trailer nicht so gaga. Ja. Also bei Bad Boys fand ich jetzt den Trailer. Also bei Bad Boys weiß ich jetzt nicht, ist die, also irgendwie ist ja so, das ist Revival, das ist ja die, die Revival-Zeit, also wir haben ja Jumanjis wieder aufgelegt worden, Ghostbusters kommt wieder, Top Gun kommt wieder, ähm, jetzt haben wir Bad Boys, äh, kommt wieder ins Kino, also es ist alles irgendwie, was du schon fast fragst, was haben wir denn für ein Jahr? Mhm. Ähm, bei manchen Sachen, glaube ich, ist es vielleicht besser, die wären einfach da in der Zeit geblieben, in der sie groß waren, ob das bei Bad Boys so sein wird. Schauen wir mal. Also, was ich auf jeden Fall sehen will, ist Little Women. Ja, also Little Women, glaube ich, da, das dürfte auch eine ziemlich sichere Bank sein, ja, was man so hört. Ja, der ist ja hochgelobt. Dann haben wir noch eine Serie Empfehlung, ich habe schon eine rausgesucht. Ja? Ja. Ohne mich? Ja. Was denn? Natürlich Sex Education. Achso, Sex Education, genau. Ja, Sex Education, eine Netflix Serie, die jetzt morgen am Freitag in die zweite Runde geht. Ja. Was, ähm, du hast sie erstmal alleine ohne mich geguckt. Ich glaube, da kann ich mir noch in 100 Jahren, ja, da werde ich noch in 100 Jahren geschimpft. Ja, dass du mich nicht noch schon nach der ersten Folge dazu geholt hast, sondern erst jetzt, als du den Trailer zur zweiten Staffel gesehen hast, dachtest, ja, jetzt könnte der Mann doch mal die erste nachholen. Also, nur, dass du es wisst. Ich habe die ersten ein, zwei Folgen gesehen, ich habe dem Mann gesagt, wie toll die Serie ist und der Mann so, mhm, mhm, mhm. So, und dann ging das ja ins Land, also, und dann. Ja, das ist ja immer so, dass wir, wir gucken, es ist ja nicht so, jetzt bin ich natürlich schon. Ja, natürlich bist du schon. Es ist ja nicht so, dass wir zu zweit in der Zeit dann nichts gucken, sondern du guckst das ja zusätzlich und dann müsstest du ja warten, bis wir mit dem anderen durch sind. Also, so einfach ist das nicht, dass wenn du mir sagst, die ist toll, dass ich sage, ich gucke das jetzt mit, weil ich kann es ja dann nicht mitgucken. Wann denn? Dass wir halt dann einfach sagen, okay, das, was wir jetzt dann gerade gucken, dann fertig gucken und dann fangen wir mit dem an. Machen wir aber nicht, weil dann gucken wir wieder was Neues. Doch, natürlich machen wir das. Selten. Naja, egal. Jedenfalls gucken wir die jetzt zusammen. Ja. Und sie ist großartig. Ja. Und, um was geht es um Sex Education? Um Sex. Naja, es geht um, im weitesten Sinne. Es geht um, es ist ein Highschool-Drama eigentlich oder ein Highschool-Dramödie. Dramödie, also, weil da kann man auch lachen. Ja, zwar herzhaft. Ja. Wo es halt, ich sage jetzt mal, die Serie geht sehr offen und angenehm offen mit dem Thema Sexualität um. Aber nicht, respektlos. Ja. Genau. Und, egal ob Männlein oder Weiblein. Also da ist wirklich. Alles dabei, alle Spielarten der Sexualität quasi. Was echt gut ist. Und dann halt auch alle, alle relevanten Themen. Also von Homophobie bis, auch Abtreibung oder, ja. Also es ist wirklich alles dabei. Lesbisch. Lesbische. Sex, ja. Dann auch Mobbing. Ja. Ist auch ein Thema. Gerade in Zeiten des Internets und der Handys. Ja, macht das sehr erfrischend, ist sehr witzig, tolle Darsteller. Die Gillian Anderson hat eine Rolle, wenn auch nicht die Hauptrolle, spielt die Mutter und Sexualtherapeutin eines Schülers, der dann eben, ja, wie soll man sagen, den Sexberater, einen auf Sexberater an der Schule macht und sich damit ein Zubot verdient. Aber er macht gut. Er hat sehr sympathische Hauptfiguren. Das, glaube ich, ist ganz wichtig bei sowas, die einem tatsächlich ans Herz wachsen. Im Kern gibt es auch wieder so ein bisschen eine Romanze, ein bisschen was fürs Herz. Also es ist echt eine ganz tolle Serie. Und wir freuen uns jetzt auf die zweite Staffel. Und falls ihr die erste noch nicht gesehen habt, holt sie nach. Sofort. Guckt ihr auf Netflix. Gut. Ja, dann übergeben wir das Wort wieder an unsere HörerInnen. Wir haben uns Rückmeldungen gegeben, oder uns unterstützen möchte. Der kann, Entschuldigung. Der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Folge kommentieren. Und seine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens. Und natürlich auf cut.exclimatio.de Trott war's. Trott war's. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir wissen jetzt noch nicht, wann Little Women dann ansteht. Also im Januar, glaube ich, kommt jetzt keine mehr. Oder doch? Es laufen aber beide Filme jetzt im Januar. Also Bad Boys läuft schon. Nein? Nächste Woche? Vielleicht. Und Little Women läuft dann. Die laufen beide zusammen. Nächste Woche. Wir können jetzt vier Folgen im Januar raushauen. Und wenn's dann halt so ist, dann... Ihr müsst ja nicht alles gleich hören. Genau. Müsst euch halt auf. Da können sich nicht zu sehr verwöhnen, unsere Zuhörer. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Ich meine, wir haben jetzt es schon schleifen lassen, letztes Jahr. Also... Es gab halt auch nix. Ja, aber ich hatte schon... Also ganz ehrlich, ich hatte manchmal schon ein schlechtes Gewissen. Nö. Ich hab... Wie nö. Ich hab nö, weil... Ich schon. Ja, du nicht, aber ich schon. Nö, das hat... Wie nö. Nö, weil wir das keinen... Ich hör immer nur nö. Ja, ich sag... Deswegen, weil das keine Verpflichtung ist. Ja, natürlich ist es keine Verpflichtung. Wir machen das ja... Wir machen das ja, weil wir Spaß haben. Und wenn wir gerade nichts haben, an dem wir Spaß haben können, dann gibt's auch keinen Podcast. Ich bin ja nicht verpflichtet dazu. Nein, das sind wir ja auch nicht. Aber wir haben ja trotzdem schon... Ich würde schon sagen, dass wir so eine kleine, feine Fanbase haben und die wollen uns halt einfach hören. Einfach, weil sie uns hören wollen. Ja, die kriegen ja auch was. Genau, und wenn sie jetzt halt fünf Episoden im Januar kriegen, dann ist das auch nicht... Dann müsst ihr euch vielleicht ein bisschen einteilen dann. Genau. Meistens wird's ja eh dann gehört, wenn der Film durch ist. Oder wenn sie ihn gesehen haben. Also ich glaube nicht, dass die wenigsten... Es soll Leute geben. Hallo Claudia, hallo Pa. Hallo. Die hören's auf dem Weg... Ins Kino. Ins Kino, den Spoiler-freien Teil und dann auch den Spoiler-Teil. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, eine Stunde wäre genau richtig. Also hören wir jetzt auf. Also tschüss jetzt. Tschüss jetzt. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.